...wollt ein Podiumorchestra to play for you. Wir erlangen mit 3 pieces, die wir wollen performen, mit 3 different conductors. Drei verschiedene Dirigenten werden das Feld vor dem Orchester dirigieren. Und als Erster ist Jakob Neuse. Darf ich dich bitten, dass du ein paar Worte zu unserem Kollegen sagst? Ja, geht's okay. Alles nochmals von mir, aber einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Wir dürfen den Sound of Music vortragen. Wir haben leider keine Kinder vor, die singen The Storm in Me, sondern diese Kinder, und das sind insofern keine 8 Enkelkinder, die spielen The Sound of Music, machen The Storm in Me. Wir werden den Sound of Music performen. Und wie ihr wisst, normalerweise sind die Kinder da singen. Aber diesmal sind es die 4 Jahre. Und wie ihr wisst, alle diese Kinder sind die Kinder der Conductor. Und der Name ist immer hier. Die erste ist 3 Jahre. Wurde gerade geworden, als ich bei der Gruppen und die ADS Shanghai war. Vor 3 Jahren, am 2. Oktober, ist es gerade ein Telefon geklingelt. Und da ist wieder das 8. Enkelkind auf die Welt gekommen. Und er spielt aus dem kleinsten Harmonika der Welt. Offiziell eingetragen ist in das Guinness Buch der Aquadier. Aber er ist noch nur eingetragen zu spielen. Und hoffentlich kommt diesen Tag. Ah, er sagt, er ist auf dem kleinsten Aquadier weltweit, welches im Buch der Guinness ist registriert. Und er spielt nur eine Tone. Und er hoffe, dass er die Runde bekommt. Und er ist auf dem kleinen Tag. Ok, schön. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.